Der Trainer führt Ihnen vor, wie Sie die 3D-Ansichtsbezeichnungen aktivieren, Änderungen beim Kamerabezugspunkt vornehmen, die Ansicht auf Ebenen ausrichten und die Kameratypen ändern können. Verbesserungen in After Effects gibt es auch im Bereich von 3D-Komposition. Wählen wir mal unsere Ebenen an und wandeln sie um in 3D-Modelle. Denn jetzt habe ich hier die Möglichkeit, zum Beispiel mir die Position in allen drei Richtungen aufzurufen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier die einzelnen Ebenen weiter nach hinten oder weiter nach vorne setzen. Machen wir das mal und erzeugen auf die Art und Weise schnell so eine Art Mobile. Das heißt, Mobile ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass die Objekte so nach hinten hin angeordnet werden, immer weiter. Und den noch ein bisschen weiter nach links, noch ein Stück weiter zurück. Und das letzte nehmen wir hier auch nochmal. Auch der kommt in Z-Richtung noch hinter die anderen beiden drei Ebenen und ein Stück weiter nach rechts. Das heißt, ich habe jetzt meine Objekte so im Hintergrund in der 3D-Ebene angeordnet. Und wir wollen sie einfach nur noch ein klein wenig drehen. Und zwar jeweils hier so ein bisschen in die Y-Richtung. Mal weiter. Da nochmal und da. Jetzt fügen wir unserer Komposition als nächstes eine Kamera hinzu. Sagen also hier Ebenen neu Kamera. Bilden hier entsprechend die Standardkamera 50mm aus und klicken mal auf OK. Zunächst kann ich jetzt hier feststellen, dass wir uns das Ganze aus Sicht der aktiven Kamera anschauen. Ich bekomme also für die 3D-Funktion hier eine Bezeichnung, denn ich habe ja auch in After Effects hier die Möglichkeit, andere Ansichten anzustellen. Ich kann hier zum Beispiel bis zu vier Ansichten anwählen und dann sehe ich hier eine Ansicht von oben, von vorne, von rechts und aus Sicht der aktiven Kamera. Wenn diese Labels sie stören, können sie die einfach abschalten. Ich kann hier die Ketten in der 3D-Ansicht deaktivieren. Aber ich finde es sehr praktisch, wenn man dann gleich weiß, von wo man die Ansicht sieht. Aber wir nehmen jetzt hier mal zwei Ansichten horizontal. Einmal aus Sicht der aktiven Kamera. Und einmal nehmen wir hier eine eigene Ansicht, die ich einrichten kann. Wählen wir jetzt hier eine Ebene aus. Wählen die Ebene entsprechend hier im Kompositionsfenster aus und gehen jetzt mal hier auf das Kamera-Drehen-Werkzeug, mit dem ich mir hier meine Ansicht konfigurieren konnte. Drücke ich jetzt die Taste F, so wird die eigene Ansicht auf diese Ebene gesoomt. Das heißt, es spart mir einfach die Mühe, hier meine eigene Ansicht auszurichten. Mit F sehe ich sofort diese Ebene, die ich angewählt habe, im Ausschnitt. Wähle ich hier mehrere Ebenen an und drücke jetzt STRG-Umschalt F. Dann zoomt After Effects in der eigenen Ansicht so raus, dass ich alle Ebenen sehe. Und dementsprechend hilft mir diese Tastenkombination F und STRG-Umschalt F, um schneller in den eigenen Ansichten hier navigieren zu können. Die eigenen Ansichten sind ja lediglich dazu da, hier mal eine Kontrolle über mein gesamtes Element zu erhalten. Wir zoomen jetzt hier mal ein bisschen dichter rein in diesen Bereich. Wir wählen dazu mal unser Z-Kamera-Verfolgen-Element aus. Und so haben wir jetzt hier, glaube ich, eine etwas optimalere Ansicht, sodass wir hier ein bisschen was sehen können. Okay, schalten wir die Ebene wieder aus. Als nächstes wollen wir die Kamera mit dem kombinierten Kamerawerkzeug einrichten. Wir wählen also die Kamera aus. Und After Effects unterstützt schon mal zwei Typen von Kamera. Eine sogenannte Ein-Knoten- und Zweiknoten-Kamera. Die Ein-Knoten-Kamera hat keinen Point of Interest. Die Zweiknoten-Kamera ist die Standard-Kamera, wie man sie auch in Vorgänger-Version von After Effects kennt. Wähle ich jetzt mein Auswahlwerkzeug aus und verschiebe jetzt hier meine Kamera. So kann man sehen, dass die Standardeigenschaft die ist, dass der Point of Interest jetzt stehen bleibt, bewegt sich also nicht mit. Wähle ich stattdessen eine der Kameraachsen und bewege die. So sehen wir, der Point of Interest verschiebt sich entsprechend mit der Kamera mit. Das kann ich verhindern, indem ich hier die Steuerungstaste oder die Command-Taste am Mac drücke. Auch jetzt bleibt der Point of Interest entsprechend wieder stehen. Mal zurück in die eigene Ansicht, ins Kamerawerkzeug. Wenn ich jetzt die Kamera hier verschiebe, so war es bisher so, dass sich diese immer in den verschiedenen Achsen gleichzeitig bewegt hat. Ich habe also immer die Möglichkeit hier, wir können mal dazu die Eigenschaften hier, für die Transformieren-Kamera aufrufen, sodass wir jetzt hier Zielpunkt und Position sehen. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier mit dem kombinierten Kamerawerkzeug drehe, so verändere ich immer alle drei Positionsachsen. Das kann man jetzt entsprechend verhindern. Wenn ich die Umschalttaste drücke, so rastet After Effects daran ein, sodass ich entweder nur die X- und Z-Achse bearbeite, oder ich nach oben und unten ziehe hier ein bisschen mehr nur mich auf die X- und Y-Achse beim Drehen fokussiere. Also die Umschalttaste erlaubt es mir, hier präziser zu steuern, dass ich nur in zwei Achsen das Ganze drehen möchte. Wähle ich jetzt hier die mittlere Maustaste, so können wir sehen, dass ich die X-Y-Richtung meiner Kamera beeinflussen kann und dass der Point of Interest hier automatisch mitwandert. Also hier der Point of Interest, der Punkt, auf den meine Kamera im Endeffekt zielt. Der bewegt sich dann entsprechend mit der Kamera mit, wenn ich hier die mittlere Maustaste bewege. Mit der rechten Maustaste kann ich hier die Z-Positionen meiner Kamera beeinflussen. Wir sehen, dabei bleibt der Point of Interest wieder stehen, der wird also damit nicht verändert. Wenn ich feststelle, dass ich überhaupt keinen Point of Interest brauche, so kann ich hier per Doppelklick in die Kameraoption gehen und meine Kamera jetzt umschalten von zwei Knoten auf einen Knoten. Wir sehen, meine Kamera hat jetzt keinen Point of Interest mehr, sondern ich habe nur noch die Möglichkeit, die Kamera hier direkt einzustellen und die Kamera so auszurichten, indem ich sie einfach drehe. Ich habe hier keinen Anfasser mehr, wo ich jetzt sagen kann, in welche Richtung soll meine Kamera denn im Endeffekt schauen. Es ist ein bisschen einfacher einzustellen, aber man hat für manche Optionen vielleicht auch nicht die Flexibilität, schnell mal die Kamerarichtung über einen Bezugspunkt zu verändern. Also, wenn duplanst dafür, musst du dann mal sehen, wie bitteią locks und Mul breasts nicht fragen, Und wenn Du, wierst dann lange so aus. die Kamera geschaltet los. Warne spinning,